Wortspielereien, schwarzer Humor und ein Schussblödsinn, das macht die Texte meines nächsten Gastes aus. Dazu spielt er Klavier und das Ganze garantiert politisch unkorrekt. Viel Spaß mit Daniel Helfrig aus dem Odenwald. Der Pontifex Maximus ist unser Kirchenoberhaupt. Doch dass wir plötzlich alle Papst sind, haben nur wenige geglaubt. Aber bei manchen ist genau dieser Irrglaube geblieben. Und für diese Scheinheiligen habe ich ein Lied geschrieben. Gestatten, Dr. Brinkmann, bin studierter Mediziner. Durch Diagnosestellen werd ich zum Großverdiener. Patienten sind nur Nummern und ich bin halb Gott in Weiß. Ich halte mich für, weiß Gott was Besseres in meinem Bekanntenkreis. Für Geld vollbring ich Wunder. Kranke sind mein Kapital. Und ich fühl mich wie im Paradies. Bei vollem Wartesaal. Ich bin's de Pontifex. Tut dein Bauch dir weh? Oh, Diagnose teuer. Da hilft nur ab für Tee. Ja, ich bin's de Pontifex. Ich bin von Gott geschickt. Bist du mein Patient, wirst du gebenedikt. Kennen Sie alle Xavier Naidoo, ja? Hallo, ich bin der Xavier. Ich komm aus Mannheim her. Und wenn ich sing, dann schweb ich 20.000 Meilen überm Meer. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann gehe davon aus, ja, ich bin bibelfest. Ich kenne nichts und ich find mich ziemlich cool. Doch aus meinem Mund kommt nur heiliger Stuhl. Ja, ich bin's de Pontifex. Ich bin Mannheims Prophet. Ich fahre zwar nen Porsche, doch ich bin kein Prolet. Nun, ich bin's de Pontifex. Ich bin von Gott geschickt. Bist du ein Fan von mir, wirst du gebenedikt. Und ich, ich bin die Angie. Deutschland, das bin ich. Ich bin die frohe Botschaft. Froher wird es nicht. Deutschlands Mehrheit wollte eine schwarz-gelbe Koalition. Guido ist jetzt Außenministrant. Das habt ihr jetzt davon. Call me Eva. Denn ich bin Deutschlands erste Frau. Und ich verkünde euch das Paradies in der Tagesschau. Ich bin's de Pontifex, bin unwiderstehlich. Ich werde Deutschland retten. Und wer's glaubt, wird seelisch. Ich bin's de Pontifex, bin von Gott geschickt. Ich bin zwar Protestantin, doch du wirst gebenedikt. Ja, ich bin's de Pontifex. Pontifex bist du. Deutschland jubelt laut und der Rest der Welt schaut zu. Ja, wir sind's de Pontifex, sind von Gott geschickt. Bild dir deine Meinung, wir sind gebenedikt. Applaus Dankeschön. Applaus Daniel Helfrich spielt sein Programm Alle mal die Hand heben am 30. Januar in Prien und am 3. Februar in Langenargen. So, und jetzt möchte man diszipliniertes Publikum, dass das hinnimmt, was ich...